Willkommen zu einer neuen Folge Battlefield 5 Story Mode Wir warten immer noch auf die Verstärkung die uns hier hoffentlich befreit Was haben wir? Immer mehr Wir wollen ja das Chateau anhalten oder obern So wir haben gleich die Station A hier erobert Piste Munition kann echt nicht schaden Das ist die Böcke Das ist die Böcke Das ist die Böcke Ich werde runter, diese Böcke Das ist die Böcke Okay, das ist los! Wir müssen uns aus diesen Böcke Die Böcke Die Böcke Die Böcke Willkommen Da sind wir alle anlegen Ich glaube, ich soll mal ein bisschen Deckung hier suchen, ne? So, ja Oder kann man das Fahrzeug benutzen? Nein, natürlich nicht, weil die Tür offen ist Das ist natürlich logisch So, auf ins Chateau Nein Zeig ein Zeig es los! Nehmen das! Servus! Das war jetzt auf unserer Seite! Oh, 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 oh. Ich habe nichts mehr zum Nachladen. Mist. Ich brauche Munition. Ja, ich glaube, ich muss nichts mehr brauchen. Ja, ich glaube, ich muss nichts mehr brauchen. Nein, ich hätte etwas anderes gemacht. Aber gut. Wir waren keine Soldaten super-äquipen wie die Allemands. Contrairement zu ihnen, wir hatten keine Arme von Pointe. Und wir hatten keine Jahre. Aber wir hatten die Wille. Die Wille zu gewinnen, welchen wir den Preis. Und die Glückwunsch hat uns sehr vieles. In sang, in sacrifice und in human life. Humane. Die Wille. Die Wille. Die Wille. Die Wille. Die Wille. Achtung! Idrissam! Ich bin der Mund. Idrissa! Reden! Idrissa! Ja. Was soll ich noch kurz zu sagen, ne? Mega Verlust anscheinend. Na komm, den geben wir ja saures jetzt hier. Mach auf den Mist. Das ist das. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.